Boah, wie die alle explodieren hintereinander Ekelhaft Ach, das sind die ekelhaft Obwohl, die sind alle nicht hübsch, die Kreaturen Haben sie echt gut gesignt Muss man schon sagen Weg da, weg da, weg da Ich hasse dich immer Ich hab die früher gehasst und jetzt auch noch Okay, der hat nix Aber hier ist auch nix, ne? War eigentlich das Besonderste das, was ich eben hatte, oder wie? Also die Kreaturen, die wir jetzt anhaben Hier ist ein Schiff Ist aber nicht das, was wir hatten, ne? Ah, ich hab jede Kreaturen Da Ist ne Hütte Ah Schön Oh, le Oh, le Ja Boah Boah Ist wieder so ein Toter Die sind immer an den Toten Immer am Nagen Dann kommt da wieder einer Der Neuner Einstiegs für uns, aber Ich mach das gut drauf aus, ne? Muss schon sagen So, die Hütte Wo ist das denn hier? Was ist das denn? Was ist das denn? Au Au, 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 au Ähm Toll Hab ich voll getroffen Was glaubt das? Ja Das guckt jetzt vor sich hin Aha, aha, aha Muschel Nice Mietze Noch mehr Naja Abgucken Quatsch Ja Nicht reintreten Zerbrennt sich selbst Ohne Quabe Ja Alter, drei Stück sogar Wer weiß, für was das gut ist Ohne Was? Print? Raube? Ah, hier Was ist das für Geräusch? Was ist das für Geräusch? Oh Boah Überschuldig Das war Händler glaub ich Hier rein Komm hier rein Ist zu Ok Grün haben wir da hinten Äh, ist das für ein grünes Zeug Scheiß Bäume Kann man das angreifen? Was ist das? Cool Hey, warum haut der denn jetzt ab? Egal WTF ist das denn? Was kann man denn damit machen? Hm Eiger Eiger Oh ne 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 Schasse die Ne Aua 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 Blele Schnäpfe Keine Bah Schasse die Boah Boah So ekelhaft Äh 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 Äh, was ist das? Ok Irgendwie so ein Schwarm Manuskript Gifts der Enthängung Boah Wie viele Manuskripte es gibt, ne? Schon krass Schon krass Was? Gleitblatt Geifblatt Geifblatt Aurenia Was ist da? Ist das unser Flüchtling? Ah Ah, so ne scheiß smaller haus War mal hier so ein kleiner Örtchen mit einem Echt So ein flassendes Dörfchen, ne? Was geht hier? Ich guck mal ob da was ist Ich guck mal Ah, guck mal Was soll man hier übersehen? Aha Mann Das ist so schnell So Kann man das auch mitnehmen? Ja Erstmal hier runter rum gehen Was ist das für ein grünes Zeug? Ist ein Skelett Was hat das zu bedeuten? Ist hier was bei uns drin? Ne 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 Gehen wir mal da rein Schaut mal ganz Erstmal ganz Erstmal hier um das Teil rum Die kommen Die kommen ja überhaupt da rein Ah, warte Was ist das? Ignatblüten Na Was haben wir hier? Abgeschlossen Mann Ich will da rein Ich will da rein Anderen Weg geben, oder? Was geht hier? Ah Erstmal die Erstmal die Tun zwar nix, aber Was war das? Beklopft da jemand? Hey Ne Eine Ratte Oh, bewegt sich Ähm Alter Das ist ein bisschen gruselig Wo kommt die ganzen Kratten her? Was ist hier unter? Blut Wir haben viele ihr Leben gelassen Wir haben viele ihr Leben gelassen Ja Alter Hör Ah, cool Welche Geräusche? Schon ekelhaft. Soll ich jetzt hin? Oben oder unten? Was ist das hier immer? Das ist ein Skelett. Kann man hier eine Illusion oder so? Kann man da nichts machen? Warte. Ich gehe erst einmal hoch. Ja. Oh, wie sieht sie aus? Was ist das? Das ist die Ratze. Geht noch höher. Hier ist aber nichts zu nehmen. Echt? Was war das? Speicher mal. Die Fucke geht nicht aus. What the fuck? Eine grüne Fucke, die nicht ausgeht. Auch eine Leiche. Was war das? Das war jetzt aber laut. Was ist denn da schießt ihr wieder voll? Was ist hier draußen? Eine gute Aussicht. Eine gute Aussicht. Hey. Was ist das denn? Okay, wofür ist das da? Ah. Ist das ein Squid oder was? Ach egal. Ach egal. Schau mal weiter hier. Die Bädchen sind ganz oben. Warum geht die Facke gerade an? Geht auch nicht aus. Was ist das? Jetzt noch höher. Alter. Boah, es knirrt voll in mein Ohr. Was ist das, Alter? Ich frage, geht jetzt auch gleich an mit mal. Ja, das war's okay. Mein Kontorlauf vibriert. Hebel. Hm. Was ist denn hier gelandet? Ich wollte nur gucken. What the fuck? Geht nach Laborhaus. Gar nicht schlecht eingerichtet. Tagebuch Magier Alexander Teil 2. Ah. Guck mal weiter. Mit dem nächsten Teil. Es ist Gebritt wieder. Hä? Wenn man was tot ist. Was denn? Was ist das für euch? Da feint doch jemand. Hallo? 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 Ah, hier ist das erste Teil, äh, schließ das nicht durch, weil ich, ja, könnt ihr euch mal durchlesen. Könnt ihr anhalten, dann stoppen wir. Menschenexperimente, damit wäre er nie durchgekommen, wenn es die Kammer noch gäbe. Was mache ich hier, Alter? Hört sich geistmäßig an. Ich speichere. Äh. Okay. Ach du Scheiße. Ich glaube, es geht hier noch höher. Geht da drauf? Geht das nicht? Boah. Ich weiß nicht, ob es, äh, weiter hoch geht. Dann war das... Da unten schon das, was wir... Was da ist. Irgendwas haben wir hier vergessen, aber... Was? Was? Was kommt aber irgendwie von hier? Alter. Ja. 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 Das ist so, so. Nein, was müssen wir da benutzen? Ja, das geht nicht Das geht alles nicht Ja, puh, ich bin überfragt, ich kann eigentlich nichts hier machen Außer jetzt noch in den Keller zu gehen Komisch Fall da nicht runter, ne? Jetzt kehre ich dich Also du wirst dann geklirrt, wenn du runterfällst Ja, ja Hä? Da ist aber dieser Trank da auf der Karte Ich hab keine Ahnung Aua Aua Die ganzen grünen Lichter, was hat das zu bedeuten? Äh, nur eins runter Oder? Wo ist das? Hier die Tür Ne, noch eins weiter Hier ist ja keiner gar rutsch, ne? Hoppla Alter, aber wie's flackern, ne? Ah, toll Hätte ich nicht einstecken sollen Weil der Schwert ist Lusche Was war das, ne? Was war das, ne? Und schon sind wir wieder überlastet Äh Ja, noch können wir ja Also wir können zwar nicht laufen, aber Hä, was hat das da mit auf sich mit diesen grünen Geistern? Was soll ich damit machen? Hm Ich glaub wir hätten noch nicht hier sein sollen Kann das sein? Achso, das ist der Beute, den wir da abgelegt haben Weiß was Egal Wir gehen jetzt woanders wieder hin Vielleicht mein Teleport Das kann man auch mal weg tun Checkt man der Frau auf Kann man sich von der anderen Seite aufschliessen? Komischer Ort Ja, komm Gucken wir mal Ähm, wir können ja nicht hier schnell reisen Scheiße Aber hier schnell reisen Ich möchte jetzt mal weiter bekommen So So Und zwar Gibt's hier keinen? Gibt's da Gibt's noch Plätze? Ja Ja Der ist nicht abgestürmt Ach, hier ist ein Kaufmann Willst du etwas kaufen oder darf ich nur umsehen? Aber was kaufen meine ich Zeig mal was du anzubieten hast Ähm Verkaufen meine ich Was will Alter, da geht mir voll wenig dafür Ich weiss gar nicht, ob das gut ist oder schlecht Alter, fast gar nichts, Alter Was ist denn da? Schau ja nichts drin Ich kann mal voll Hüppern Das hier auch So Das hier auch Ah, das Eins beit ich immer ein Also das, was am nahesten liegend ist Was ist das? Erst Hmm ich habe die also neun und die haben sie okay boah gelb ist besonders war aber es hat etwas mit der seltenheit zu tun und hey da kann ich das so verkaufen warum wie mir das so viel immer so mumpitz hier irgendwo hier so ist er ja die plätze nicht weggau'n hallo sie musste sich einsetzen einsetzen was ist das denn da banditler naja komm aber hier das können wir machen ist auf dem weg so genau so ist gut was ist das denn hier das sieht ja cool aus das würde ich nicht mach langsam mach langsam die sieht aber hässlich aus und hier haben wir was das ist die 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 Oh wow 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 Alter Ein Ruhlenest, ich muss es zerstören Ey Das war Ein Ruhlenest, ich muss es zerstören Oh, jetzt muss ich die Bomben herstellen, warte mal, wie ging das denn? Oh, meine Nase kribbelt, oh, meine Nase kribbelt, ach so Entschuldigung Die richtigen, boah Dann mache ich mir noch ein paar andere, also wir können das Vieh machen, ja Ganz in der Sturm, kann man machen Samo Katesh Dimitro Das war's Geht das jetzt, soll ich abhauen Ich weiß ja nicht, was ich dafür gebraucht habe Warum steht das nicht, welche Bomben man nicht braucht Wir haben eine Option, ne Das war's Das war's Das war's Boah, cool Und hauen den Und hauen den Nein, Spaß, Plötze, Plötze, Spaß So, der Blute Baron Ich steck mal die Waffe weg Los, lauf Steck mal die Waffe Ich bin neu Geht Doh Was Komm schon Komm schon Darf hier rein, ne?